Hier präsentieren wir die 5 beste Backöfen-Test. Lass uns anfangen! Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Startnummer 5. AEG BPS 35112 am Einbau Backofen. Der integrierte AEG BPS 35112 am Ofen verfügt über Dampf und eine praktische Pyrolyse-Selbstreinigungsfunktion, die Lebensmittelrückstände in Asche auflöst. Die Leistungsfähigkeit beträgt 71 Liter. Mit der Steam-Bucker Innovation setzt der BPS 35112 am einen Dampf aus, der die Teigoberfläche zusätzlich befeuchtet. Dies ist in einer goldbraunen sowie knackigen Kruste spürbar. Der AEG Ofen stammt aus der Maxi-Class, da das Ganze dem extra großen Kochraum entspricht. Genau das Richtige für eine große Familie, die einen praktischen integrierten Ofen wünschen, der optimale Ergebnisse liefert. Der Ofen schlägt die Temperatur und auch Bewertungen mit einem wiederkehrenden Wärmezeichen. Es gibt auch eine automatische Abschaltung, wenn das gewünschte Temperaturniveau erreicht wird. Nummer 4. Beko BIM 22301X Backofen Elektro. Der Elektroherd Beko BIM 22301X hat eine Leistung von 71 Litern in Kombination mit einer pflegeleichten, robusten E-Mail. Im direkten Vergleich lässt sich die Ofentor schnell entfernen und bietet auch im Küchenbereich noch mehr Raum und Bewegungsfreiheit. Diese Ofenversion ist als 71 Liter und 66 Liter Variante erhältlich. Sie stellen die Garzeit, den Abschluss der Garzeit sowie den Moment auf der Digitaluhr ein. Die Kindersicherung verringert die Gefahr für Haushalte im Küchenbereich. Sie können die Seitenschienen bekommen. Der vernünftige Klimalüfter sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der warmen und auch die ganz klar Sieger-Innen-Tür bietet Ihnen einen Gesamtüberblick über das aufgehellte Innere. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer Dritter. Beko BIM 22300X Backofen Elektro. Die E-Mail macht die Reinigung weniger kompliziert. Die Ofentür kann zusätzlich entfernt werden. Der Bildschirm ist mit einer elektronischen Uhr ausgestattet, die die Garzeit, die Zeit und den Abschluss der Garzeit anzeigt. Zusätzlich gibt es einen funktionalen Lüfter und eine solide Leistung von 3100 Watt. Der Verteilungsumfang besteht aus einer Tropfpfanne, einem Kuchenregal und einem Backblech. Sie können sofort mit der Anschaffung des Elektroofens Beko BIM 22300X beginnen und auch Ihren Küchenbereich mit brandneuem Schwung in den Küchenbereich bringen. Beko garantiert seinen Kunden leistungsstarke Haushaltsgeräte zu einem kostengünstigen Preis. Nummer 2. Neff B45 CR22 N0 Einbau Backofen N70ster. Zu den besonderen Eigenschaften der Neff Öfen gehören die komplett einfahrenden Ofentüren. Der Griff dreht sich mit der Herdtour durch die Schiebefunktion, um sicherzustellen, dass Sie Ihren Halt nie abwerfen. Die Tür verschwindet unter dem Herd. Dies erhöht Ihre Bewegungsfreiheit auch in winzigen Kochbereichen. Gleichzeitig nutzen Sie alle vier Ebenen im Ofen mit Siroteam. Sie können kochen, braten und backen schnell ohne Energie oder Einschränkungen. Die Aromen jeder Mahlzeit werden sich nicht vermischen. Auch Fisch sowie Kuchen passen gut in einen Futterzubereitungsraum. Das macht Kochen und Kochen viel einfacher und viel effektiver. Und die Nummer 1 unserer Liste. Siemens HB 634 GBS 1 IQ 700 Star. Dieser sensible wie moderne Ofen ist aus Edelstahl gefertigt und hat eine 3D-Heißluftfunktion, die in 5 Minuten bis zu 175 Grad Celsius erhitzt. Bei einer inneren Temperatur von 180 Grad Celsius denkt das Cool-Glas-Fenster an eine Höchsttemperatur von 40 Grad Celsius. Dies deutet darauf hin, dass kein unnötiger Strom verloren geht, und gleichzeitig wird die Sicherheit beim Einsatz des eingebauten Ofens von Siemens erhöht. Die erneuerte Ofentür dämpft die Schaukel beim Schließen. Die Soft-Close Innovation sichert das Material und garantiert auch ein problemloses Verfahren.